ja schönen guten abend liebe leute heute mal was früher schluss gemacht tag vier habe ich heute morgen erzählt laubbläser und so könnt euch in einem video vor allem angucken beziehungsweise müsst ihr nicht ist egal war nur eine story ja der kurz der ist heute sportlich aktiv und deswegen sind wir heute halt ein bisschen früh aus dem studio also ich bin schon ein bisschen umgekauft 18 44 die quatsch wir haben jetzt 18 40 wir haben schon ein bisschen früher schluss gemacht als ich war noch bei war noch ein bisschen einkaufen ein bisschen aufstehen und brot und so für frühstück und so weiter und mit war auch alle egal auf jeden fall habe ich jetzt irgendwie ein bisschen hunger ein bisschen bock was essen zu gehen habe leider nur eine jogginghose an gar nicht mein style eigentlich aber so im studio wohlfühlvolle fakte und so alles gut kann man machen aber jetzt irgendwo groß essen gehen ja jetzt habe ich hier so eine so ein hähnchen restaurant wo es super hähnchen geben soll gefunden ich hoffe das geht übrigens bin ich hier gerade in bad ems fahrrad an der an der spielothek vorbei ganz nett anzugucken ich versuche mal ob ihr das sehen könnt hier fährt auch irgendwie so eine krasse bahn hoch ich weiß gar nicht genau aber das hier ist spiel casino bad ems ich glaube die sind bekannt auch für für so spiel casino oder bad ems bin gerade mal hier ein bisschen durch die stadt gefahren habe so spontan nichts gefunden wo jogginghosen ok wären im zweifel wäre eine pommes wurde so ganz ok gewesen ja jetzt fahre ich mal weiter ist noch nicht mehr weit zu dieser hähnchen klemm mal gucken wie es da so schmeckt kommen wir noch zu den wichtigen dingen super geil studio läuft gut ich habe sieben bass text eingespielt ziemlich viele one text die direkt ok waren war ich echt positiv überrascht hatte echt angst weil ich die sachen eigentlich mal gespielt habe irgendwann letztes jahr als die sachen als demos gemacht habe und war jetzt nicht so wirklich zum üben gekommen und und war deswegen auch echt ein bisschen gestresst weil ich angst hatte dass ich quasi versage aber einmal hören einmal üben und zack war es da und geiler bass sound richtig geiler flow und wir haben auch erst um zwölf halb eins angefangen also sagen wir mal halb eins halb zwei halb drei halb vier fünf halb sechs fünf stunden sieben sieben songs ne fünf songs gestern haben wir zwei gemacht heute fünf ist okay morgen geht es weiter um zwölf ich gucke mal jetzt nach den hähnchen und merke mich wieder ciao